Du kannst rutschen, wenn du willst. Am Anfang kamen die typischen Sprüche. Da arbeiten wirklich nur so doofe Leute. Die will sein Leben lang Burger braten. Das ist total unterbezahlt bei der Job. Wenn man halt sagt, ich arbeite gerade bei McDonalds, kriegt man diesen Blick. Wenn es sich häuft, dann muss ich sagen, es nervt. Es nervt extrem. Jeder kann ja das machen, was er möchte. Wenn ich mir angucke, was andere in meiner Berufsschulklasse verdienen, dann bin ich sehr froh, bei McDonalds gelandet zu sein. Wenn man bei McDonalds die Ausbildung gemacht hat, kann man danach auch viel weiter machen.